Musik 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 Meine Frau, die schneit sogar ein bisschen Aber... Mythos Nach Munition kannst du ja herstellen Ja das stimmt Als Schluss mit der Schnarcherei hier Da sind halt gerade noch erträgliche das Schnarchen Warum Sex hier fettrumsschnarchen, das geht gar nicht Alter Naja, ich hab schonmal so eine Frau gehabt Hattκεpumpst, und dann nachher... ...schläft sie ein, die konnte die ganze Nacht nicht schlafen Und hier oben standen frohne Leute die ganze Zeit rum. So, jetzt noch mehr. Ah, das hab ich auch schon mal gelootet. So, dann wollen wir jetzt eine Quest machen, ne? Ja, Richtung Westen. Stehen zwei auf der Straße, die Frage ist, sind es jetzt Freund oder Feind? Wird das denn Puppen oder was? Ja. Hä? Okay, jetzt müssen wir jetzt ein bisschen runter. Ach, ich muss mir noch Holz looten hier. Du hört mir gerade ein, wo wir hier in der Wildnis sind. Ja, ich nehme mal noch ein bisschen mit, weißt du? Ja, nö, ich brauch viel Holz, ey. Ah, wieder so ein kaputtes Camp. Ja, Miguel. Haben Sie etwas gehört? Natürlich nicht. Denn Sie sind... Ohne viel Knubschrauber. Früher war Miguel ganz gelassen. Aber mittlerweile ist er so steif. Was soll's? Camping wird nie alt. Anders als Miguels verwesende Überrasse. Gehen Sie zu der nahe Richtung Richtung. Und erlichen Sie Ihr Lager. Ergänzen Sie es um ein Kochfeuer und einen Lagerbehälter. Wenn Sie möchten, Sie können Ihr gesamtes Lager später jederzeit verlegen. Ist das der Typ, ja, ne? Aber wie gebe ich denen jetzt das Holo-Ding? An Ihre Leiche gebunden zu sein ist wirklich mies, Miguel. Ich hoffe schon so lange, dass ein Woll sich Ihre Knochen schnappt. Aber leider vergeblich direkt... Er muss erst mal fertig gesappelt haben und dann kann es ihm das geben. Der Responder brachten wir Dutzenden Freiwilligen bei... Wie man Lager errichtet freiwilliger... Ja, du musst jetzt bei mir stehen, baue einen Generator in deinem Camp. Für ein ungehobelter Spitzname als wäre es... Hier musst du einen Generator... Nee, du musst auf die Sternendinger gucken, quasi. Muss ich das machen, oder was? Nein, die Sterne sind von mir. Diese viereckigen Missionsdinger sind von dir selber. Ja, das ist klar, aber... Du sollst ja einen Generator bauen. Nee, hab ich nicht. Steht hier nichts mit Generator. Bei mir steht das aber. Ein Freiwilliger braucht im Durchschnitt 132 Minuten, um zum ersten Mal ein Lager zu errichten. Ach, das ist ja der Sappel, das kenn ich alles schon, das hab ich alles schon fertig. 399 Minuten gebraucht. Bravo. Gut, wollen wir an den nächsten? Auf jeden Fall. Ups. Dann sind wir da raus hier. Ach, da oben. Sprich mit Helmers Koch. Sprich mit dem Hemlock Holmes, das hab ich auch sonstiges. Einfach. No. Machen wir das. Ich konnte es vom Flugplatz aus riechen. Warum hören Sie nicht auf mich? Hier das Blümchen, ein Thünchen. Hier gibt es wieder Holz, acht Stück haben wir schon wieder. Holz brauche ich auch. Ja, da hinten sind die Helis ja. Zwei Stück. Drei Stück. Das sind bestimmt diese Airdrop-Dinger, oder? Weiß ich nicht. Ich hab's auch noch nie ausprobiert, ich hab die Granate immer noch aufgehoben. Mit dem Airdrop. Ach, hier ist ein Schloss. Aua. Yeah, one hit, one kill. Oh, ich bin überladen. Ach man, nee. Äh, Z. Setzst du einen Wegpunkt? Ich hab schon Wegpunkt gesetzt. Ach so. Ich bin bloß überladen, ich tu mal ja den Scheiß hier rein. Ich bin mal nur überladen, oder was? Nur 7. Ich kann auch, ich kann auch schleppen. Oh, aah, Mutatenhund, alter. Aber auch Volltreffer. Das hab ich noch nie entgegen, ne? Das hab ich noch nie gesammelt. Waffen? Ah, hier ist noch Holz. Na ba. Ah, ich hab zu viele Waffen dabei. Na, ich sammle nicht alle Waffen. Musst du nicht alle sammeln, kannst du verkaufen, aber... Kannst auch wieder reparieren. Äh, ich tu die mal lagern, wenn ich mal Zeit hab, dann tu ich die alle verschrotten. Ein Maniakel wär erst nicht mehr so gut. Ich hab die Summerset. Das weg. Die weg. Splitter-Mine. Splitter-Granate. Brauch ich alles net. Planke kann weg. Planke weg. Molotow-Cocktails. Zwei Stück auch weg. Oha. Vorsicht. Hier kommen gleich Gegner, ne? Pumpgun, ppppp, wo ist die Pumpgun? Vorsicht, da kommt Gegner! Ja, ich bin doch im F-Menü, du musst die scheiß Pumpgun auswählen, ne? Es geht nicht so schnell, du musst doch eh nicht suchen! Da haben wir ja nicht so viele Waffen, die du dauernd wieder abgeben musst. Nehmen wir mal jetzt die Hand. So, dann geht das viel besser. Normal 44er. Gucken wir hier drauf. So. So, dann machen wir weiter jetzt hier. Sprech mit dem Hemlock holst Koch, ne? Mhm. Ist das hier drin oder was? Ne. Wir können eigentlich außen rum laufen. Ich glaube, wenn wir da drinnen jetzt aufräumen, äh... ... Oh, das könnte ein Stück dauern. Weißt du eigentlich schon, was die Level-Obergrenze momentan ist? Ne. Okay. Ob es da überhaupt eine gibt? Also bei Seider Scrolls Online gibt's keine. Hier haben wir wieder Holz. Deine Mumu. Ah, das wäre ja wohl ein Volltreffer gewesen. Also war ich auch mein. Oh, da drüben brennt was. Ah, ich hab Hirschleder. Ah, hier ist wieder Holz, ne? Nö. Hier ist Holz. Nachschönen! Oh, eine Vogelscheuche. Geil. Smitty Farm. Aber ich liebe es viel Holz. Ah, hier ist ein Event. Das habe ich auch noch nicht. Okay. Pumpe ist ganz gut, also auf kurzer Distanz. Ja, ich nehme das Jagdgewehr am liebsten, weil das hat genauso viel Power, Anne, für sich, aber hat auf Distanz, ist sie gut. Na noch. Ich gehe da nicht runter, das ist, glaube ich, Rad. Versorgt. Was ist denn da innen für ein Ding? Na egal. Das dampft so. Was erntet? Ist hier keine Brücke? Ich glaube, wir müssen hier rüber, irgendwie mal. Ah, da vorne. Da geht es rüber. Frage ist, ob wir rüber müssen. Ist das mal wieder zurück müssen? Ja, ich glaube dir hinterher. Du musst schon wissen, wo du lang willst. Weiß ich nicht. Ich war hier noch nie. Hast du nicht eine Quest, die du verfolgt, jetzt oder was? Ja, ja. Du musst mal wissen, wo die ist. Ja, da oben, wo ich markiert habe. Ja, immer noch das gleiche, aber wir haben hier jetzt eine neue. Jetzt haben wir hier die Folge, den Weg der Aufseher. Der Punkt ist gerade noch gekommen. 70 Meter, direkt vor uns. Ja, da oben. Achtung, hier spricht der Bürgermeister von Grafton mit einer Prioritätsnachricht. Arbeiter planen eine illegale Demonstration hier in Grafton. Hiermit verpflichte ich alle bewaffneten Bürger zur Niederschlagung dieses bevorstehenden Aufstands. Super, gut schau. Was denn hier ist los? Kommt man da hoch? Ne, ne. Oh, vorsichtig. Wir haben hier jetzt noch 1, 2. Ich muss aufpassen. Ich muss tierisch aufpassen, die treffen mich ja richtig gut, alter. Oh, oh, oh. Was ist denn hier los, alter? Junge. Okay, einer ist weg vom Dach. Ja, dann kümmern wir dich mal um die, wenn du das noch kannst, weil ich muss erst mal was essen. Ja, die können gut treffen, die. Boah. Ja, die sind gut. Ja, jetzt geht er zurück. Ah, das war ich nicht getroffen, hab. Der andere auch. Ja, aber. Wenn man kommen die auch. Nach unten. Aber hier noch einer. Da kommen sie, ne? Ja, dich finden, Mensch. Hä? Was sind die denn? Oh, ich höre sie schon, ja. Würde ich auch passen mit denen. Ja, die laufen oben, aber muss ja irgendwo hochgehen. Boah, ist das hier drin, Alter. Was ist das denn? Waldterminal. Vorsicht. Du kannst es nicht so genau orten. Oh, Fehler. Hier ist Tür auf. Warte, da kommen wir wieder raus. Wie macht man eigentlich dieses Licht an? Wie ja mit dem Pad, also wenn ich auf B gedruckt halte, dann hab ich das Licht an. Und was passiert, wenn du B antippst? Nicht antippen, also man soll drückt halten, B. Ja, und was passiert, wenn du antippst? Ja, dann komm ich mal in meinen, ähm, Teil hier rein. Clip Boy. Okay. Sehr schön. Wie gut, dass die denn jetzt hier hoch wird, ab der Sch... Hier, oder was? Ja, das sind Baseballs. Oh. Baseball-Mütze. Baseball-Handschuhe. Ich finde es selber nicht runter, der Affe. Na, wir auch nicht. Ist auch egal, was sollten wir denn hier erst machen überhaupt? Ähm, das Ding finden. 53 Meter hier. 47 Meter. Das muss aber hier drüben in dem anderen Gebäude sein. Ja, da oben wird's jetzt schon markiert. Hier muss das sein. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Willkommen zurück, verehrte Hörer. Es ist wieder an der Zeit, über das hinaus zu blicken, was sie für wahnsinnig sind. Ich hab zwei Mutanten gekillt. Zeit, ihren Geist der seltsamen, unerklärlichen und manchmal erschreckenden Welt zu öffnen, die in den Schatten der unseren existiert. Hier werden Mythen, Legenden und Gerüchte wahr. Ja, es ist ein sehr schwerer Geschichten aus den Hübeln von West Virginia. Noch einer, ne? Ja, du Bastard. Oh, dann Weltkrieg. Weltkrieg. Ein Apfel am Tag ist, was der Doktor mag. Dandyboi Äpfel, frisch, lecker und immer erste Wahl. Greifen Sie zu. Oh, da hinten ist er. In den Wäldern wollen die Leute eine seltsame Kreatur gesehen haben. Robbie Cockrell und Peggy Pansfield haben sich zu einem Rendezvous verabredet, um Peggy zu... Zum Glück nur Level 5, ey. Oh, da ist ein... Oh, wow, 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 wow. Vielleicht zwei. Oh, fuck. Vorsicht. Oh, man. Ich bin schon da. Mach du den Platz, weil ich glaube, müssen wir es unbedingt heilen. Die fliegen da nach der Zeit auch in den Luft. Ne, ne, wenn dann werfen sie irgendwas. Das könnte nützlich sein, mitzuspielen. Oh, da hat er richtig viel. Nimmst du da Schießpulver auch immer mit? Ja. Könnte man ja nochmal gebrauchen. Ja, daraus macht man Munition. Ja. Für... Ähm... Ja, ich weiß nicht, wie man diese Waffen nennt. Wir halten die Waffen mit einem Schuss im Magazin. Okay. Jetzt haben wir noch hier oben nicht mehr, oder? Ich war hier schon mal. Ja, das kenne ich noch alles, das habe ich schon abgeschlossen. So, Map. Gut, weiter nach Norden. Weiter nach Norden? Mhm. Der ist mal wieder runter. Boah, 100 Schuss habe ich noch für die Pumpe. Kommt mal eine Weile hin. Ja, ich habe auch noch eine, da habe ich über 300 Schuss noch, aber die hat nicht so viel Power. Ganz dann wird's wieder hell. Muss ich heilen, ne? Ja. Ich suche auch schon nach einem Bett oder sowas zum Ausruhen. Ja, dann pass auf, dass kein Gegner kommt. Das spart mir ja Glück, dass da eine Matratze irgendwo rumliegt, wie es so ist. Aus dem Pack müsste ich gucken, wie viel habe ich denn? 5, ah, dann können wir eins reinknallen. Das ist okay. Dann passt das. Wasser brauche ich. Ja, das hält bei mir sehr lange, das Wasser. Das habe ich schon gepusht, bloß das Essen muss ich noch pushen. Alter, wie ein geiles Panorama. So, da hinten das Haus müsste es dann sein, oder? Oha, kommt man hier auch runter. Das zeigt jedenfalls mal in die Richtung mein Wegpunkt. Oh, well. Oh, well. Der Map ist riesig, ne? Mittlerweile habe ich schon so viel Holz gesammelt, da kann ich mir einiges zu essen und machen. Oh, der Hit ist ein Gegner, ne? Oh, das ist ein großer. Oh, hier ist ein Super-Mutant. Hast du ihn nicht gesehen? Nö. Ja, weil der will sehen. Da hinten ist ein riesen Viech, Alter, da muss man aufpassen. Ich weiß auch ungefähr, wo wir jetzt auf der Karte sind. Oh! Der hat gesessen bei denen. Oh, der ist Level 22. Muss aufpassen. Hey! Okay! Vorsicht, einer ist down. Der Große ist noch da, der ist Level 22. Das schaffen wir nicht. Dann, du hilfst da noch mit. Oh, der ist 22, Alter. Ey! Hey! Ah, shit. I'm down. Ach so, das bist du, ja. Boah. Oh, ich habe keinen Schuss mehr. Ich muss eine neue Waffe haben. Ah, ich habe noch ein Jagdgewehr, geil. Er hat keinen Schuss für die Jagdgewehr. Oh, nein! Er hat seinen Hammer ausgepackt. Halt! Ich habe ihn gleich. Warte, den musste ich erst mal haben. Oh! Oh! Nein! Ah, ich muss abhauen. Mich heilen. so was geht es ja schon wieso aber da sind ja zwei ja ich komm schon spawnt schon wieder waffe ist nicht so gut für die andere sonst wäre der schnellst down jetzt hier hau ab du arschloch mensch jetzt ist er down 60 ep er ist aber nicht mehr da das ist auch wieder ein bug können wir nicht looten doch hier ein krufgewehr scheiße das muss ich vergessen erstmal muss ich mich heilen kräuterpaste müsste irgendwo dahinten dann sein spritzkuchen ach ich habe noch 35 stimpels aber das hat voll was gebracht ist überhaupt noch da wo ist er denn wer der dicke du hast die quest du musst sie verfolgen nein wo der liegt die leiche das weiß ich nicht ich habe eine munitionskiste gefunden das ist viel wichtiger erst mal hier noch rum liegen ja noch rum hier hier ist noch eine munitionskiste wunderbar was das denn aus dem perg ist da drin auch wieder brauche ich nicht ach hier ist eine kochstation das ist ja geil ich habe jetzt genug holz weißsuppe 32 holz habe ich eine das andere habe ich leider alles aufgegessen kann ich auch nichts mehr machen schade ein bisschen späti ok auf jeden fall müssen wir zu dem haus hier hinten wiederum also weiter oben ach hier ist ein gegner sammle ich nochmal jagdgewehr ich brauche ja nicht ich brauche munition fürs jagdgewehr habe ich glaube ich bekommen ja die haben das leider im update so gemacht dass man nicht mehr so viel munition findet ja gut naja ist für alle spieler gleich hemlock holz ja hier sind wir ja ich habe auch sprich mit hemlock holz koch trott hier äh die können mich infizieren die die ficher die brauchen baseballschläge komm her so da kannst du endlos spielen das spiel ne hört nicht auf alter das soll neben mission haben in spielzeit von 500 stunden jetzt schon hast du schon mit dem gesprochen ne da ist er ja das 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 ist er ja